Boah, 677.000 AP. Uff. 3000 Damage mit Poison Cloud. Uff. Okay, in der Moment. Also mein Damage würde definitiv reichen. Ah, ja gut. Das ist noch ein bisschen zu früh. Und ich habe jetzt gesagt, um das Risiko zu vermindern, dass ich mich falsch entschieden habe, ich habe zwischen zwei ähm du hast auch einen extremen Stuhl. Sir, ich rede von der Sitzgelegenheit, nicht von dem, was aus deinem After kriecht. Uff, zähle ich mal ein paar in die Namen rein, das ist mir gar nicht aufgefallen. DDR 3453455 äh das ist sicherlich nicht mein Mitarbeiterhaus, von damals oder wie ich mir gestern freundlicherweise unter eins meiner Videos geschrieben hatte, jemand hatte gearbeiten. Okay. Alles klar. Okay. Da ist das Son Goku neben mir. Alter, die Frisur sieht von hinten aus wie Super Saiyan 2 Son Goku. Naja, nicht ganz. Naja, so ein bisschen. Ja, aber so Gogeta. Ja, doch. So Gogeta von hinten. Damn. Und da hat es sogar ein O-Ring. Das ist einfach echt Gogeta. Einfach freaking Gogeta. Holy moly. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das für eine Frisur ist, aber ich meine, von vorne sieht sie auch nicht so nice aus. In der Grundschule war es so, wenn sich mehrere Leute gemeldet haben und du wurdest nicht drangenommen und hat jemand anders die richtige Antwort gesagt und du wusstest es auch, hat man immer den hier gemacht. Ich wusste es auch. Hey Leute, ich wusste es auch. Ja, ja. Be smart, be smarter. Das war pretty hilarious, man. Wir brauchen sie auch deswegen so lange für das Update, weil sie noch die Third-Job-Klassen polischen müssen. Weil jede Klasse jetzt zwei Third-Job-Klassen hat. Hopium. 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 Du kannst jetzt Crack-Shooter und Crack-Dealer werden. Und du kannst Slayer und Stripper werden. Templer oder Milchmann. Elementor ja, ich meine Arcanist oder Postbote. Ah, nur mir sind die Ideen ausgegangen. Das wäre insane. Damit würde niemand rechnen. Wenn sie Third-Job-Change machen und jeder hat zwei aus, zwei zur Auswahl. Aber genau deswegen wird es auch nicht passieren. Dann haben die uns jemals wirklich überrascht. Frau, Kind, Garten, Internetersfall und Durchfall. Ja, wieso ist Durchfall ein Problem? Durchfall ist ein Segen. Kein Schmuck, plus zwei. Maitir, Dexion, Maitir. Und jeder weiß es. So, ich sehe hier drei Ringe. Oder? Sind das drei? Zwei auf jeden Fall. Ja, ja, es sind drei. Strinte plus eins. Dexion plus eins und Inti-Red plus eins. Alle drei Ringe plus eins. So, ich glaube, das müsste reichen. Oh, let's go. Grüße meine Oma. Hey, wer alle grüßen deine Oma? Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe nicht, was ich meine.